Mein Name ist Parker Jode. Ich bin Sozialarbeiter. Ich brauche Polizei und Sanitäter. Ich habe hier eine tote weibliche Person. Ich bin euer Sozialarbeiter. Du hast eine Tochter, die pünktlich zur Schule muss. Hör auf, dich in meine Familie einzumischen. Ich versuche zu verhindern, dass Ashley in ein Heim gesteckt wird. Ich wusste nicht, dass du heute rauskommst. Dahlia! Sie sind der Mann, der auf meine Familie aufpasst. Ich bin zurück. Mir wäre nichts lieber, als hier nicht mehr vorbeikommen zu müssen. Der verlorene Sohn ist heimgekehrt. Ich habe im Knast ein paar echt gute Tipps bekommen. Du machst das Ding klar. Wir gehen da rein, um die Kohle und die Drogen zu holen. Ich mache mir Sorgen um Ashley. Ich mache mir auch Sorgen um dich. Die Bullen wollten letzten Abend mit mir reden. Sag mir nicht, dass das schon wieder losgeht. Meinst du, du kannst deinem Dad heute einen Riesengefallen tun? Das hier ist deinetwegen passiert. Ihr habt das Kartell auf uns alle gehetzt. Wieso hilfst du uns? Mir hat niemand geholfen, als ich es brauchte. Sie stecken in Schwierigkeiten. Und ich jetzt auch. Ich habe so viele Familien gesehen. Da ist ein Abgrund, den ihr hinunterstürzt. Und ich kann nichts tun, um das zu verhindern. Du hast einen Lebensstil gefunden, bei dem du anderen helfen kannst. Du hast die Möglichkeit, etwas zu schaffen. Wir alle müssen für jemanden arbeiten. Wenn das deine Familie hier wäre, was würdest du tun? Du hast dich nicht mit dir beschädigt. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Vielen Dank.